Zurück und fragen wir nochmal wer ist und selbst das kostet 100 Yen, Boris Waits in Expanded to you pay, aber wir wissen schon mal dass es Boris ist, dann brauche ich auch nicht die Information, dass er Boris ist, wenn die Information, also die Information für die Bezahlung der Information, wie er schon fachig ist. Dementsprechend, nö, lass mal, also müssen wir 500 jetzt zusammenkratzen, dann können wir Job um Job machen hier, gucken ob ich hier wieder von A nach B Jobs kriege, so ich suche eine Arbeit, go to the job house in the window by Wins, dann kriege ich ein Package, und dann ab zur Boris Greenhouse. Ich kriege 50, na warum nicht? So, dann zum Jump House, wo immer das war. Schauen wir doch mal kurz. Jump House, Jump House, hm, ein Glück habe ich nachgeguckt, denn darauf wäre ich nicht gekommen. Hätte alles andere abgegrast und darauf wäre ich wahrscheinlich trotzdem nicht gekommen. Ich war im Jump House. Tada! So, der Barkeeper lehnt sich vorwärts und sagt hier, du musst ja derjenige sein, der das Paket abholt, du hast zwar gerade den Auftrag gekriegt, während du hier gerade drin warst, aber ich gebe dir das Paket erst, wenn du wieder reinkommst. So, nimm's und ich will damit nichts mehr zu tun haben. So, zack, zack, zack. Und ab ins Greenhouse. Und abgegeben. So, er grinst mich teuflisch an, als er das Paket sieht und sagt, so, nun kann ich aber hier ordentlich was fixen, im Sinne von sich was fixen, also was spritzen oder etwas reparieren, ich habe keine Ahnung. So, er bezahlt mich auf jeden Fall und bringt mich wieder raus aus seinem Greenhouse. Der Boris, der Boris, in seinem grünen Haus, dort kennt er sich gut aus. So, zurück, nee, lass mal. Bin aus Versehen reingekommen, sorry. So, ich muss auf jeden Fall mich ein bisschen boosten, ein bisschen upgraden. Diese Typen da, diese drei, die mich überrannt haben, also wie beim ersten, also auch beim zweiten Mal, fand ich nicht so toll. Aber beim ersten Mal, ging's ja noch, konnte ich ja zwei niederstrecken. Und nur der dritte hat keinen Schaden genommen. Ja, und beim zweiten Mal, ging ich ja sofort down. Tja, also wie machen wir das jetzt? Entweder ich bezahle denen jetzt erst eine 500 Nujen, was hier für mich aber ewiges Hin- und Her-Laufe in diesem Redman-Barrons hier bedeuten würde. Oder ich kaufe mir erst neue Waffen und oder Panzerung, was für mich ebenfalls ein langes Hin- und Her-Laufe in diesem Redman-Barrons hier bedeuten würde. Hardquestion. 329, also die 500 hätten wir relativ bald zusammen. Und dann will er bestimmt noch mehr Geld für sonst was. Also ich würde wahrscheinlich dann nicht gleich 1000 kriegen für irgendwas. Aber vielleicht bietet er mir einen One an, der mir dann viel einbringt. Ich weiß es nicht. Wir machen weiter, bis wir die 500 haben. Auch wenn das ewig braucht. So, wieder zum Rump-Haus. Und dann in die Hollywood-Correction-Facilities. Ah, ich krieg 50. Naja, warum nicht? Wir fangen zumindest gleich wieder hier an. Das ist doch okay. So, Paket. Und sofern ich vorhin richtig geguckt habe, sind die Correction-Facilities hier unten. Okay. So, also ein Hager-Mann bricht zu meinen Füßen zusammen. Und er wird verfolgt von einem sehr gut aussehenden Mann, der von zwei ganz normalen Gangstern verfolgt wird. nicht verfolgt wird, sondern die ihm folgen. Ich bin ein Doktor und dieser Patient ist geflogen. Bitte helfen Sie uns, ihn wieder zu schnappen. Und ich werde sie bezahlen. So, dieser gut angezogene Mann hat eine sehr, ich habe keine Ahnung, ich schätze einfach mal eine sehr fitzere Aura um sich rum. Und das gehetzte Opfer sieht sehr verängstigt aus. Attack! Hat ja immer gut funktioniert. So, lass ihn alleine. Oder ihr werdet es bereuen. Oder helfe Ihnen. Wenn ich Ihnen helfe, kriege ich sofort Geld. Das würde sich lohnen, aber für Skava wahrscheinlich nicht ganz so gut. Ich kann das hier sofort angreifen, aber es sind wieder drei. Ach, was soll's. Ich kann es einfach nicht anders. Ich greife sie sofort an. Ah, ich jage den Doktor und deren Helfer weg. Immer die falsche Entscheidung. Plötzlich springt der zusammengebrochene Mann auf und rennt lachend und hysterisch weg. Toll. Fuck it. Einfach nur. Fuck it. Das ist hier, was Chop Chop, da wollte ich nicht hin. Die können mich alle mal, ganz ehrlich. War das hier? Nee. Und das gleiche nochmal. Angriff. So. Der Doktor dreht jetzt seinen Assistenten um und sagt, gehen wir. Dieser wird sowieso bald vertrocknen. Sterben. Keine Ahnung. So. Der Mann kommt sehr geschwächt auf mich zu. Danke für deine Hilfe. Sie wollten mein Blut. Lass mich dich belohnen. Und dafür, dass du sie vertrieben hast. Hier sind 100 Nuyen. Und der andere haut einfach ab. Das ist gut. Durchaus. 100 Nuyen. Das ist ein Ding. Ah, die Halloweeners. Später. Da sind wir ja auch wieder falsch. Ah, nee. Doch nicht. Ich glaube, hier ist es. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Zwiraniere. Ah, jetzt ist zu. Bis ich mich um die gekümmert habe, wahrscheinlich. Das kostet doch alles Munition. Oh Gott. Die haben mich in die Enge getrieben. Ach, das war doch scheiße. Ach Mann. Nimm doch mal Schaden. Treff den anderen, glaube ich. Was ja auch nicht schlecht wäre. So. Einer tot. Der andere hat wirklich schon Schaden genommen. Nicht schlecht. Na. Huhahi. Reload. So. Sehr gut. Leider ploppt nirgendwo auf, wie viel Geld wir denn kriegen. Das muss ich mal alles zusammenreiben. Wir hatten 300 irgendwas. Plus 100 haben wir 400 irgendwas. Plus. Ja. Immer noch 400 irgendwas. Okay. Dann wird es nicht so viel gewesen sein, was wir gekriegt haben. Wie sieht es mit meinen Clips aus? Noch 5. Gut, gut. Jetzt komme ich wieder nicht mit Start raus. Ach, es ist doch zum Kotzen. Nein, ich will nicht nachladen und jetzt hier raus. So. Okay, wir sind hier in der Atomic Nuclear irgendwas. Und werden rausgeschmissen. Deshalb diese ganzen Atomzeichen, verstehe. So, dann muss ich nochmal kurz auf die Map gucken. Ja, das ist doch alles. Ich habe da vorne geguckt. Diesmal dauert es länger. Die 5. Ach, ganz falsch gewesen. Oh ja, jetzt warten die da auf mich, oder was? Nicht mal Geld fallen gelassen. Die Sau. Nachladen. Vier Clips. Ach, voll daneben immer. Ja. Und auch nichts. Scheiße. Lass sie einfach nicht, Leute umzubringen. Leute wegrennen. So, hier müsste es sein. Na. Ha, ha, ha. Jetzt renne ich aber. Ich komme wahrscheinlich wieder nicht rein. Dementsprechend werde ich ihn umbringen müssen. Alle beide. Ich weiß nicht, ob sie treffen. Das macht einfach dieses Schwisch. Diesen Schwisch-Sound, als würden sie daneben schwischen. Na. Die Kämpfer sind nicht sehr spannend, das muss ich nur sagen. Boah. So. Und drauf, und drauf, und drauf. Da lag ja was. Das habe ich gar nicht gesehen. Und zack. Ja, doch. Das macht dann ein Irr, wenn ich getroffen werde. Interessant. Ach man, ey. Ja. Blockiere mich. Tolle Kampftaktik hier. So, zack, zack. Und es passiert wieder nichts. Was ist da zum Katzen? Oh. Fuck it. Ich habe jetzt auch gesehen, wo mein mentaler Balken ist. So. Auch das noch. Der One ist failed. Scheiße, ist doch alles dreckig. Ja, ja. Dogwagon. Bla, bla, bla. Wieder hier. Ach, das ist doch alles ein Mist. Scheißspiel. Nee. Nummer 415. Und wieder. Jetzt muss ich wieder 40 Dollar zahlen. Ich habe keine Clips mehr. Und schön. Und kein Taxi stand in der Nähe. Hallo. Aber coole Musik. Formel 1. Warum nicht? So, Taxi. Die Redmond Barons kostet wieder 40. Kostet ja alles 40 hier. Ja, ja. Kann ich wieder eine One umsonst machen. Ärgerlich. Hier, du stirbst dafür. Wenn ich immer angegriffen werde, dann greife ich auch mal andere an. So. Gucken, ob es sich gelohnt hat. Wie ist denn? Wie habe ich? 375. Geht hoch auf. 385. Nee, hat sich nicht gelohnt. Nicht immer, dass Leute umbringen sind. Lohnt sich. In Shadow 1. Schrecklich. So, Jumppost. Ja, ja. Ja, ja. Puh, puh. So. Arbeit, ja. Zum Red's Nest. Und dann treffe ich jemanden und der will nach Lidl Chiba. So, wir gucken in der Map nach, damit das alles schneller geht. So, Wetsnest ist 9 und links Lidl Chiba, wissen wir noch. Ich kriege ganze 65, das ist doch mal super. Wenn ich bald keine Clips mehr habe, dann habe ich die ganze Information und komme auch nie weiter, weil ich kein Geld mehr für Clips habe. So, wie kann ich denn eigentlich mal schnell auf Nahkampf umschalten? Habe ich eigentlich, ja habe ich, auf 1 zumindest. Hmm. Unequip. Unequip. Ne, sollte ich equippen. Ach, Clips, auch nein, das Item, ach, alles weg, so. Haha, Peng, Peng, voll auf die Fresse. Boah, ich krieg dich. Hey. Ha, in der Ecke. Warum? Boah, ein Hit. Großartig. Okay, lassen wir das. Und equippen wieder mal unsere Waffe. So, war ja bloß ein Test an ganz normalen Zivilisten. So, ne, hier ist schon richtig, ach man, fickt euch doch. So, voll ausmanövriert und ich komme ja wirklich nicht rein, bis ich die nicht umgelegt habe. Da kann ich so weit wegrennen, dass die mich nicht mal verfolgen. He, 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 na. Verdammte KI. Aber ich habe sie separiert schon mal. Oh. Und er nimmt keinen Schaden. Oh. 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 Letzter Clip, würde ich sagen. Schauen wir mal. So, ein Runner leben ist nicht gerade das Einfachste. Tatsächlich. Letzter Clip. Ah. Noch neun Schuss. Ja, super. Der ist natürlich auch nicht weg. Oh. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tod. Ne. Muss ich auch noch selbst unequipen, also bitte. Das ist ja dämlich. Und der ist, warum ist er denn wieder bei voller Gesundheit? Achso. Ich weiss warum. Weil ich jetzt einen mentalen Schaden mache. Na. Scheiß, Dreck, Mist, ich hab keinen Bock mehr. ich weiß nicht, ob ich auf das ganze Spiel keinen Bock mehr habe oder nur, heute nicht, aber das reicht das reicht wirklich beim nächsten Mal geben wir den Geld-Sheet-Code ein, nein werden wir uns erstmal Clips beschaffen und dann ziehen wir die ganze Sache mal wieder von vorne auf, mal gucken und der muss drunter leiden, hua so, bis zum nächsten Mal euer Frustierter Chaos sagt ein Frustierter Chisily